Ja, es ist sehr, sehr bitter alles. Auch das zustande gekommen natürlich, was sich jetzt entwickelt hat, aber da muss ich dem Kollegen jetzt natürlich recht geben. Es ist noch nicht vorbei, das heißt bis zum letzten Tropfen wirklich alles nochmal geben. Fühlt sich jetzt natürlich schwer an, aber es ist so im Fußball, brauchen wir halt zwischendurch oder brauchen wir irgendwann dann das Wunder und vielleicht gibt es das nächste Woche dann.